Grüß Gott, jetzt bin ich direkt froh, dass ihr da seid. Heuer ist nämlich zum ersten Mal in der Geschichte ein Wolf aufgetaucht in unserer Gegend. Da mitten im Wald. Könnt ihr euch das vorstellen? Gesehen hat ihn keiner, aber ein Reh war derartig tot, dass der Mörder nur ein Wolf hat sein können. Das ist schlimm, auch für die Wirtschaft, weil um den Wütschaden, den das Reh bei einem natürlichen Tod verursacht hätte, stirbt jetzt irgendeine Autowerkstatt. Ganz zu schweigen davon, dass sich kein Gettinger mehr in den Wald traut. Nicht einmal den Wald traut, aber mit mir nicht. Ich lasse mir meinen Waldspaziergang sicher nicht vermiesen. Noch dazu, wo jedes Kind weiß, dass die Viecher alte Weiber und junge Geißlein bevorzugen. Die müssen halt daheim bleiben. Naja, du, man muss sich den neuen Gegebenheiten eben ein bisschen anpassen, weil die Ängste, die sind ja nur da drinnen, im Kopf. Darum, ich boxe jetzt, weil ich möchte nämlich nach Ampfeuern rumschauen, ob es meiner Oma eh gut geht. Wisst's, weil irgendwie habe ich ganz ein schlechtes Gefühl. Also, führ deinen Gott.